Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade meine letzte Klausur geschrieben, also nicht meine letzte, letzte, aber vorerst erstmal meine letzte. Und ich bin so müde und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit in diesem Alltag nach meiner Klausur. Also was ich so mache, wenn ich jetzt nicht lernen muss und wenn ich jetzt gerade eine Klausur geschrieben habe und halt die letzten Tage durchgelernt habe, weil wirklich Leute, ich bin morgens aufgestanden, ich habe mich hingesetzt, ich habe gelernt, ich habe gelernt, ich habe gelernt, ich habe kurz gekocht, ich habe ein bisschen Sport gemacht und bin schlafen gegangen und ich habe nur gelernt und ich hatte gar keine Zeit für irgendetwas. Ich habe eventuell noch mal ein Video gedreht oder so, aber an sich hatte ich einfach wirklich gar keine Zeit und ich war richtig müde die ganzen Tage. Ich wollte einfach nur schlafen, ich wollte mal ein bisschen Netflix gucken, weil ich saß gar nicht mehr auf der Couch, ich saß die ganze Zeit nur am Tisch und habe gelernt. Ja und jetzt habe ich gerade meine letzte Klausur geschrieben, wir haben jetzt gerade halb zwölf, ich bin zu Hause angekommen, ich habe die Klausur bis 10 Uhr geschrieben und bin zu Hause angekommen und chill jetzt hier auf der Couch, wir waren gerade die ganze Zeit ein bisschen so am Handy, also Pjodrik ist hier auch neben mir. Ja und jetzt habe ich gedacht, ich fange diesen Vlog an und es könnte ganz interessant sein, euch einfach mal zu zeigen, ja was ich so mache, nämlich gar nichts. Nein, aber wirklich, also ich zeige euch einfach nur, wie ich heute chille, wie ich den Tag verbringe, wie ich mich entspanne, wenn ich mal wieder so ein bisschen Zeit habe für mich oder halt auch für Pjodrik und mich, also für uns. Und ja, jetzt bin ich erstmal angekommen, jetzt haben wir erstmal ein bisschen gechillt. Ich muss heute auf jeden Fall eigentlich noch einen Workout machen, weil ich mache momentan diese Pamela Reif Workouts und heute steht auf jeden Fall noch was an. Also von diesem Workout ansonsten steht eigentlich nichts an. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch die ganzen letzten Tage gekocht und geguckt, dass wir nichts bestellen und so, aber heute irgendwie, ich weiß nicht, ich bin so, ich habe Hunger, ich habe nur eine Banane gefrühstückt vor der Klausur, ich habe gar keine Lust zu kochen, wenn ich ehrlich bin und ich würde am liebsten gleich was zu essen bestellen, aber mal gucken, vielleicht koche ich auch. Ich zeige euch das Ganze auf jeden Fall. Was machen wir denn jetzt erstmal? Vielleicht mache ich auch gleich noch einen Mittagsschlaf, ich bin echt müde. Mittagsschlaf! Aber jetzt schon? Nein, jetzt ist ja nicht los. Naja, ich melde mich, sobald es was gibt, also gerade sitze ich auf der Couch und chill einfach hier am Handy. Ja, Leute, das ist first things first. Ähm, nichts tun, ja, und dann melde ich mich, wenn wir gleich mal vielleicht zu Netflix rüber wechseln oder so. Also, Piotrek wird jetzt mal kurz ein Paket abschicken gehen. Ich bleibe zu Hause, er hat gerade entdeckt, wie kaputt seine Hose hinten ist, seine... Was ist denn das für eine Hose eigentlich? Fußballhose. So eine Fußballhose? So eine kurze Hose auf jeden Fall. Das ist eine Spielhose. Ja, auf jeden Fall, äh, er geht jetzt ein Paket abschicken und ich bleibe hier, weil ich bin so müde. Oh, ich glaube, ich mache gleich den Mittagsschlaf, aber erstmal chill ich weiter am Handy. Sucht ihn. Der liebe Piotrek war so freundlich, wenn wir einkaufen. Und zwar machen wir uns jetzt einfach Camembert auf die Schnelle. Sorry, hier ist noch... Habe ich ein bisschen gekocht? Auf jeden Fall, ja. Camembert gibt es für mich, hat sich Erdbeermarmelade mitgenommen, weil er mag das irgendwie lieber. Und mit einer Scheibe Toastbrot drunter. Gut von, ja, und schön das Weißbrot, auch schön ungesund. Ähm, auf jeden Fall, das gibt es jetzt auf die Schnelle. Ich habe voll Bock da drauf und ich werde es jetzt erstmal machen. So, jetzt gibt es ein paar Trauben. Zur Vorspeise. Der Camembert ist jetzt im Backofen. Es ist echt schönes Wetter draußen, aber ich bin so müde, ne. Ich bin so fertig, ich bin einfach um 6 Uhr irgendwie aufgestanden. Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht es erstmal zurück auf die Couch. Der Camembert braucht 15 Minuten und dann stehe ich auf und esse was. Und danach gucke ich mal. Friedrich fängt, glaube ich, gerade ein bisschen an zu lernen. Yes. Aber ich schreibe meine nächste Prüfung erst am nächsten Donnerstag. und wir fahren auch über das Wochenende noch weg. Den Vlog werdet ihr dann aber auch sehen. Ja, deswegen mache ich heute einen ganz entspannten Tag. Ich freue mich so da drauf. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt wieder auf die Couch. Wir chillen jetzt noch auf der Couch gerade, bis das Essen fertig ist. Und schauen jetzt Netflix, weil mir ist gerade eingefallen, ich habe endlich wieder Zeit, überhaupt Netflix zu gucken. Und Prison Break soll ja rauskommen. Also was ist das, die 6. Staffel oder so? Oder die 7. Staffel oder die 5. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, eine weitere Staffel soll rauskommen. Ich habe das früher immer geguckt, in der Schule noch. Das ist ja schon Jahre her. Ich bin gerade auf deren Instagram-Account gegangen. Da waren die letzten Posts von 2017. Jetzt haben wir 2020. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, Friedrich hat nur die 1. Staffel geguckt. Und ich meinte so, ich gucke das dann alleine. Das ist mega, ich gucke das auf jeden Fall. Und er meinte jetzt so, nein, wir gucken das dann von Anfang an nochmal durch. Das heißt, wir werden uns jetzt hier gerade Prison Break suchen. Und von der Außenwelt verabschieden. Und von der Außenwelt uns verabschieden. Und wir fangen bei Staffel 2 an, weil 1 hast du geguckt, ne? Ja, und fortan sind wir nicht mehr erreichbar für alle anderen. Ja, du bist auch, wenn gleich der Backofen piepst, so in 5 Minuten gefühlt. Dann kommt bestimmt der Nachbar irgendwann und macht's aus. Aber ich bin so gespannt, Leute. Oh mein Gott, es ist noch so am Anfang. Krass. Also, so sieht jetzt unser fancy, nein Spaß, nicht so fanziges Essen aus. Die Toasts sind auf jeden Fall gerade mit im Backofen gewesen. Also die sind schade. Sorry, gerade ist ein Anruf eingegangen. Auf jeden Fall, ja, Toast war im Backofen und das ist echt lecker. Ich esse es so selten, aber schmeckt so geil. Piotrik macht sich da jetzt lecker Marmelade drauf. Das sieht so aus, als hätten wir in so einer Kantine irgendwie so Essen bestellt. Aber ich mag das voll gerne. Also eins muss ich sagen, schmeckt! Guten Morgen, Leute. Also nein, nicht guten Morgen, aber wir haben gerade einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, beziehungsweise wir haben es versucht, bis meine Mutter mich dann angerufen hat. Danke dafür. Dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und diesen Würfel gemacht. Und dann wollte ich ihm Piotrik zeigen. Und dann Piotrik lag noch im Bett und ich wollte ihm den zuwerfen. Und dann ist er auseinandergegangen. Naja, auf jeden Fall, das muss ich jetzt hier wieder alles einhaken, weil das kann man wohl so einhaken. Also habe ich gerade schon ausprobiert. Auf jeden Fall hake ich das Ganze dann jetzt mal wieder ein. Und ja, auf jeden Fall hatten wir gerade einen kleinen Mittagsschlaf, aber sehr klein. Ja, und jetzt bin ich immer noch müde, aber ich bin schon ein bisschen fitter. Vielleicht gehen wir gleich spazieren. Ich bin gerade dabei, mir einen Kakao zu machen. Und zwar weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen möchte, aber ich habe nur diesen Backkakao und nicht diesen Nest-Tee oder wie das Ganze heißt. Also nicht diesen Zuckerkakao. Ich habe jetzt Hafermilch. Sekunde, ich zeige euch kurz die Milch. Ich habe diesen Hafer-Soja-Drink von Rewe Bio benutzt, ohne Zuckerzusatz. Und der ist auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Das war jetzt der Rest, den ich noch hatte. Deswegen ist die Tasse nicht komplett voll. Ja, wie gesagt, dann diesen Backkakao, weil ich keinen normalen Kakao habe. Und davon werde ich jetzt mal ein Teelöffel oder so reingeben und gucken, ob ich mir so einen Kakao machen kann. Weil ich bin voll in diesem Wintermodus und habe da jetzt gerade richtig Bock drauf. Also ich kann gar nicht einschätzen, ob das jetzt viel oder wenig ist, weil Backkakao ja so herb ist. Aber an sich schmeckt die Milch halt schon süß. Deswegen werde ich das so jetzt gleich erst mal probieren. Es schmeckt so lecker. Es schmeckt so leicht kakaoig. Also es hat auf jeden Fall so eine kakaoige Note. Dann ist das Ganze aber so, dass es so ein bisschen herb noch schmeckt, aber trotzdem süß durch diesen Soja-Hafer-Drink. Also eigentlich lecker, aber es kommt natürlich nicht an normalen Kakao ran. Aber ich hatte jetzt einfach Bock auf was Süßes. Deswegen habe ich mir so einen Kakao gemacht. In gesund. Ja, den lasse ich mir jetzt auf jeden Fall erst mal schmecken. Und ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ach, da ist es nur 17.30 Uhr haben wir gerade. So langsam bin ich vom Tag wieder erholt, weil ich habe ja, also wir haben gerade Mittwoch, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch Klausur geschrieben und habe halt komplett gelernt. Deswegen, ja, so langsam habe ich mich erholt. Wir haben viel gechillt und so jetzt einfach die ganze Zeit, den ganzen Tag über. Und ich schätze, wir machen uns gleich eventuell fertig und gehen irgendwie noch irgendwo hin. In der Kleinigkeit was snacken oder was trinken. Mal gucken. Aber mal gucken. Ich will jetzt nicht sagen, was wir nicht einhalten. Deswegen, ja, erst mal trinke ich meinen Kakao. Ich habe mich jetzt gerade kurz in Sportsachen geworfen. Ich habe hier voll den Ausschlag, weil ich mich ja die ganze Zeit gerade irgendwie angefasst habe und gekratzt habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch mal ganz schnell das Workout machen von Pamela Reif. Also diese Workouts, die, keine Ahnung, wo heute anstehen. Oder ihr merkt, ich bin total fertig. Auf jeden Fall, ich würde das jetzt ein bisschen mitfilmen. Dann habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck, wie das Ganze aussieht. Ihr findet die ganzen Workouts bei Pamela Reif auf der Instagram-Seite. Da ist ein Highlight. Und zwar einmal Woche 1 bis 12 oder 13. Und dann geht das weiter bis Woche 20 oder so. Auf jeden Fall könnt ihr euch dann für jede Woche das Workout screenshotten. Also dann habt ihr immer einen Workout für Montagdienst, seit Mittwoch. Zwei Tage sind da auch Restdays dabei, also Pause. Und ich bin gerade bei Woche 2. Also ich mache das momentan so. Und ja, deswegen, heute ist Mittwoch. Heute werde ich das Workout für Mittwoch machen. Morgen ist endlich Pause. Und ja, ich würde sagen, es geht los, weil wir haben schon Viertel vor 7. Und um 8 Uhr wollen wir was essen gehen. Deswegen, ich habe mich für die mit einer halben Stunde entschieden. Deswegen mache ich jetzt halbe Stunde Workout. Danach mache ich mich schnell fertig und dann geht's los. Red like a tomato. Und ich bin fertig mit dem Workout. Es war richtig viel, also es war eigentlich Beine heute. Da stand auch Leck dran. Habe ich vorher irgendwie nicht gesehen, als ich euch gesagt habe, dass ich das Ganze mitfilme. Aber ich finde, dabei sieht man immer so schlimm aus. Und vor allem ich sehe immer so schlimm dabei aus. Deswegen glaube ich, ich habe jetzt nur ganz, ganz kleine Einblicke bekommen. Also ganz kurz, aber ich bin jetzt auf jeden Fall fertig. Wie spät haben wir? Halb acht schon. Halb acht haben wir. Halb acht schon? Krass. Ja, ich gehe jetzt duschen. Und dann, ja, und dann schätze ich, können wir um 8 Uhr los. Hallo, Louis. Hallo, Louis. Wir sind jetzt bei meiner Mama. Ich habe noch was zu essen. Also Piotr hat auch was zu essen. Und wir schauen Fußball. Wir haben uns jetzt doch umentschieden. Wir werden nicht mehr nach Essen fahren, sondern hier einfach chillen, das Essen, Fußball gucken. So, meine lieben Freunde. Wir waren jetzt bei meinen Eltern und sind jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon voll spät. Ich glaube, halb zwölf oder so. 20 vor zwölf haben wir jetzt. Ja, wir haben auf jeden Fall den Tag einfach nur gechillt. Bei meiner Mama haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Habe ich euch ja gezeigt. Und, ja, wir werden jetzt schlafen gehen. Wir werden uns jetzt Bett fertig machen. Und dann gehen wir schlafen. Und morgens ist ein Tag. Morgen sind wir auf jeden Fall wieder produktiv. Aber heute war es eher so richtig, richtig entspannt. Und, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich weiß, dass in diesem Vlog eigentlich so gut wie nichts passiert ist. Aber ich wollte euch einfach mal einen wirklich realistischen Einblick geben, wie es bei mir aussieht, wenn ich eine Klausur geschrieben habe nach so einer krassen Lernphase. Also nach diesen ganzen Klausuren. Das war ja nicht nur heute, das war ja gestern und vorgestern. Ausrede? Nein. Auf jeden Fall wollte ich euch nur so einen realistischen Eindruck geben. Und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und bis dahin würde ich sagen, ciao.